So Leute, bin ich wieder. Und ich würde sagen, auf geht's. Und wir fahren schon mal den ersten Heuchposten einmal da hin. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeitdruck. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Achtung! Ihre Abwehrstellungen sind mit Tarnnetzen getarnt. Ihr könnt doch alle ganz gerne mal da drauf schießen. Oh Mann ey, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe zwar eben schon mit allen gerechnet, aber nicht, dass da noch Stingerstellungen und so weit sind. Okay. Okay. Also das wird dann etwas größerer Akt ist wahrscheinlich zu bewältigen. Also ich habe die Mission davor besser im Kopf gehabt, ganz ehrlich. Oh Mann. Da ist auf jeden Fall okay. Die bauen auf jeden Fall ordentlich Leute. Okay, es ist jetzt nicht so wirklich das Problem, ehrlich gesagt. Das heißt, ich muss einfach nur stark gegen produzieren, denn funktioniert es auch. Aber dieses stark gegen produzieren ist so ein bisschen, naja, ich muss unbedingt das Ding da kaputt machen. ansonsten haben wir ein gleiches arges Problem. So, zack. Also wir müssen halt jetzt ordentlich produzieren. Das steht schon mal fest. Ich könnte natürlich noch als Gegenmaßnahme ein bisschen was anderes bauen. So, diesen Scheiß-Bunker werde ich euch definitiv nicht erlauben. Ihr versucht das Ding da mal schon mal kalt zu machen. Ich hoffe mal, dass der jetzt eigentlich habe ich eigentlich auch, dass da nämlich genau das nicht da kommt. Nur zack, zack, zack. Äh, na, scheiße. Ihr müsst das Ding jetzt mal fix kaputt machen. So, jetzt muss die Gatling den noch kaputt machen alles, weil ich habe keinen Bock, dass die da drauf irgendwie ankommen. Oh, jetzt ehrlich gesagt, noch gar nichts. Von. So, als nächstes müssen wir da hin. Ich werde mal mit den Leuten, ich hätte eigentlich lieber die Leute, dass die da vorgehen. Aber scheinbar ist es mir nicht so gegönnt. Also, ich werde mal abzahlen, na, Leute nachproduzieren. Ich werde hier nochmal kurz mal speichern. Lief auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So. Wir sind ja schon mal ganz gut in der Mission. Das ist ja nicht so schlecht, ehrlich gesagt, finde ich. So, du brauchst mir erstmal so ein Ding da hin, weil ich muss halt produzieren, weil, wie ihr seht, ne, 100.000 Leute. Das Problem ist halt, ach, Drachenpanzer muss ich auch noch mitschleppen. Och, nö. Och, scheiß, Mann. Wieso muss ich dann noch Drachenpanzer mitschleppen ist das zum Kotzen. So, egal. Da musst du auf jeden Fall noch mit einer mit raus. So, die wählen möchte ich dann nachher gleich verstärken. Ja, die können sich da schon mal austoben, damit habe ich kein Problem. Ich könnte natürlich auch hier hinten rumfahren. Daran. Aber ich denke mal, dass wenn ich da hinten rumfahre, so, die kommen auf jeden Fall schon mal hier hin. Wenn ich hier hinten rumfahre, dass da garantiert Dinge sind. Na, wie heißt's? Ähm, Min. Genau. Zack. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So. Äh. Äh, scheiße. So, euch möchte ich damit zuhalten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die machen schöne Arbeit. Den möchte ich eigentlich ganz gerne noch mal ins Bunker sponsoren. Dann haben die schon mal ein bisschen... Obwohl, eigentlich machen die hat eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schicke ich mal da hin. Die können nach hinten abdecken. So, ich versuche mal schön hier unten lang zu fahren. So. Da ist eine Stingerstellung. Ich fahre einfach mal weiter. Ich versuche die mal zu ignorieren, weil die macht jetzt nicht allzu viel Schaden, ehrlich gesagt. Weil bevor ich mich mit der aufhelle, gibt es hier noch ein bisschen was andere zum klären. Zack. So, zack. Die müssen wir leider killen. Ihr schießt mal da drauf schon mal. Hier fahrt mal ein bisschen runter. So, ihr macht mal das IBG-Loch kaputt. Ihr macht das Teil mal kaputt. Ich werde hier mal ganz kurz speichern. Speichern, jo. So, ich will... Ich werde die mal ignorieren, die Typen da unten. Sie machen Fortschritte. Ähm... Der Großteil der Stadt ist bereits befreit. Gegenheilen. So ein Teil. Auf geht's. Ich möchte jetzt einfach mal nur ganz fix das Teil da angreifen. Äh... Da ein bisschen. Da ein bisschen. Äh... Ich werde die da mal reinschicken. Schießt doch einfach nur das Teil der kaputt. So, dann geht ihr mal fix da drauf. Da drauf. Da drauf. Und dann können wir das noch mal ein bisschen regeln. Äh... So, die Panzer. Dahin. So, ich muss unbedingt Panzer nachproduzieren. Zack. So, hier haben wir jetzt schon mal ein paar solche Spacken am Start. Okay. Ich hoffe mal, dass ich ein bisschen gegen leisten kann. das war abzusehen. Äh... So, zack. So, wenn die jetzt... Äh... Du kannst du es machen. Die dürfen halt nicht irgendwie jetzt... Okay. Ihr steht da. Ihr könnt ganz gerne auch mit nach hinten kommen. Mit zurückkommen, besser gesagt. Sag, warum die eigentlich durch die größte Pampa fahren müssen. Ich hab keine Ahnung. So, dann heißt, wir brauchen noch ein paar Drachenpanzer. Vier Drachenpanzer. Ähm... So. Ihr... Äh... Ja. Schön, dass ich die da nicht rausholen kann. Ähm... So. Müssen wir halt hier noch ein bisschen machen. Ich kriege meine Leute da nicht mehr raus. Was ist das denn für ein Scheiß? Äh, die sind da am Start. Das ist nicht so schlecht. Das heißt, wir brauchen ein paar neue Panzer. Ihr wollt mich... Ey, ihr wollt mich doch verarschen, oder nicht? Oh, ihr geht da rein. Äh... So. Jetzt werde ich da mal ein paar davon hinschicken. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Ihr wollt mich doch eiskalt verarschen. Kann das sein? So, zack. Die wollen mich doch eiskalt verarschen jetzt, ne? Mit ihrem Scheißteil dahin. Einfach fahren, einfach fahren. Der kann nicht schießen oder sonst irgendeine Scheiße. Der ist einfach nur schwach und den Mötzeln wir jetzt nieder. Na ja, geht doch. So. Zack. Du dahin, du dahin. Davon wieder ganz viel. Ich werde darauf aber nicht anspringen, Kollege. Also, ihr sammelt euch schon mal da. Super, jetzt haben sie den Drachenpanzer kaputt gemacht. Ich habe sie noch mal gerade eben gerade nachgebaut, Mann. So. Einmal reparieren. Da ist ein Bunker, das ist nicht allzu schlecht. Ich verstehe nicht, warum ich nicht so viel und nicht wirklich viel Kohle kriege. Äh, so. Ich muss jetzt aber trotzdem erstmal ein bisschen was nachbauen. Das steht auf jeden Fall fest. Und das muss ich leider auch machen. So, zack, zack, zack. Na komm. So, ich werde hier nochmal kurz speichern. Alter, speichern ist wirklich das Wichtigste hier gerade im Spiel, Mann. So, ja, kurzer Cut. Die Aufnahme meinte, ja, äh, funktioniert so nicht. So, wir werden jetzt mal alles da hochschicken. Wir brauchen noch einen Drachenpanzer. Da werde ich schon wieder angegriffen. Gut, kann man auch mal machen. So, zack. Vor allem, ich verstehe auch nicht, dass die da so umherbacken. Das geht mir gerade so übelst gegenstrich. Äh, so, zack. So, du gehst da drauf. Oh, Panzer ist am Start. Äh, nee. Wenn er kaputt geht, ist es halt so. Zack, zack. Auf geht's, Abfahrt. Äh, oh, die sind jetzt mit draußen. Na, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, Einheit verloren. Geh du mal in das Haus rein. Passt denn schon. Und ihr kommt jetzt mal alle mit. So, zack. Da drauf. Zack, da drauf. Weil die normalen Panzer sind. Jetzt nicht so das Problem. Äh, die, die, die. Ja, genau. Da ist das große Problem schon wieder. Was sich einfach Scut-Stellung nennt. Ich versteh nicht. Die stellen sie halt irgendwo hin. Schießt die doch kaputt, bevor die Dingens startet. Na genau, die Rakete startet noch. Und jetzt genau noch hier rein. Alles geht kaputt. Genau. Wie soll es auch anders sein. Natürlich habe ich wieder so ein übelstes Pech. Und jetzt habe ich natürlich wieder, brauche ich wieder Tausende von Jahren, bis das Dingens wieder aufgeladen ist. So, ihr geht mal da hin. Panzer, 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 Panzer. Braucht so viele Panzer. Ey, das ist wahr, man. Also ganz ehrlich, langsam natzt mich das Spiel bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe auch nicht mehr wirklich, äh, ne. So, zack. Ja, ist klar. Wieso kriege ich denn nicht einfach Overlords, man? Zack. Das Ding macht es auch noch kaputt. Warum kriege ich nicht einfach Overlords? Und die reißen die ganze Scheiße hier raus. Aber nö, warum auch? Ich kriege ja keinen. So, zack, zack. Nein. Du zurück. Du nach vorne. Ihr fahrt da drauf. Jetzt kommt. Vor allem, die fliegt. Gut, die ging eigentlich gerade ganz gut. Ich muss diese scheiß Gutschstellung kaputt machen. Ihr steht da ganz gar nicht. Gar nicht mal so schlecht. So, zack. Na komm. Einen Schuss noch. Geht doch. So, zack. Da ist schon mal meine Verstärkung mit am Start. Äh, die haben ein Drachenpanzer kaputt gemacht. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Das heißt, ich brauche einen neuen Drachenpanzer. Ähm. Der produziert nix. Nehmen wir mal zwei mit. Oh, zack. So. Den können wir schon mal ein bisschen aufrüsten, zumindest. Und hier mal ein bisschen anfangen. Mal. Ihr müsst mich verarschen. Ihr kriegt die Dinge nicht kaputt, oder was? Die halten sich so lange an irgendeinem Scheiß auf, was totaler Schwachsinn ist. So, da drauf. So, ihr geht da drauf. Warum die sich nie gebündelt auf irgendwas drauf gehen? So, zack. Panzer. Ne, da drauf. Ihr geht da drauf. Ihr geht da drauf. Gut, dann gehen halt doch alle da drauf. Hier kommt man mit nach vorne. Alter, ich habe nur noch zwölf Ansehen, Mann. Das wird langsam knapp. So, ihr schnell noch hierhin. So, zack. So, das geht einmal das Ding kaputt. Und ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht weiter nerven. Jetzt müssen die halt nur noch durchkommen. Die müssen jetzt nur noch durchkommen. So, die Drachenpanzer. Die dauert auch wieder tausend Jahre, bis die da am Start sind. So, jetzt kommt man die Liga kaputt. Und jetzt diese scheiß komplette Basis tue ich jetzt ausräuchern, Mann. Das ist nicht wahr. So, zack. Ich hoffe mal, dass die echt noch rechtzeitig da am Start sind. Ein paar Panzer. Da nehmen wir die noch mal mit. Ja, Klappe da. Passt schon. Oh, zack. Dich kaputt. Dich kaputt. Ja, Einheit verloren ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Solange ich brauche meine Drachenpanzer am Start. Wie, der steht da sogar noch. So, zack. So, da drauf. Na komm. Gemeinsame Sache da drauf. Na komm. Sehr gut. Jetzt brichten wir da mal ein bisschen Schaden an. Dann machen wir das Ding kaputt. Da drauf. Ich hoffe mal, dass ich hier soweit schon mal ein paar Leute ausgeräuchert habe. Zack. Na komm. Zack. Das Ding muss noch weg. Das Ding muss weg. Du fährst mal durch. Zack. Jetzt machen wir das Ding noch platt. So, zack. So. Alle Panzer. Oh, endlich. Endlich haben wir die Mission geschafft, man. Wir haben gewonnen. Oh, mein. Ey, ich hoffe mal, dass... Dick, sorry, jetzt noch die letzten beiden Missionen durchhält, man. Also, so langsam wird es echt ein Krampf, das Game. Die Mission. Unsere siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter und drängen die Einheiten der IBG an allen Fronten zurück. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates hat sich unser Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankt und erneut gefordert, die IBG bis auf den letzten Cyborg zu vernichten. Sie ist ein verwundetes Tier, sagte er zu den Zuhörern. Wir müssen verhindern, dass es wieder zu Kräften kommt und sich erholt. Da die westliche Allianz sich inzwischen in ihr Kerngebiet zurückbegeben hat, ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizustehen. Unsere neun Verbündeten unterstützen die Politik des Präsidenten, der schon einen weiteren Feldzug gegen die skrupellosen Truppen befohlen hat. Sun Mei Ying, auf Wiedersehen. Eieiei, aber ich muss jetzt erst mal den gleich speichern und kurz cutten. Okay, ja ich muss gleich mal einen kurzen Cut machen, um halt, ja da die Mission da irgendwie, keine Ahnung, Probleme mit DXV hatte, dass es halt sicher ist, dass ich einen reinen Cut habe und die Mission damit abgeschlossen habe. Ich hoffe mal, dass ich das dann ganz normal jetzt weiterführen kann. Wenn ich mal so eine Übermacht hätte, man. Oh je, oh je. Die werden aber einfach getrieben, ne? Wieso Schweine? Und ich muss Heimdienstberichte vor, dass sich die IBG-Verbände zu diesem Punkt zurückziehen. Lassen Sie nicht zu, dass IBG-Einheiten dieses Gebiet verlassen. Unser neuer Helix-Helikopter wird uns den Sieg sichern. Sobald unsere Truppen aus Süden vorrücken, haben sie ihr Primärziel erreicht. Aus Süden, okay. So, ich werde ganz kurz mal speichern. Ich werde ganz kurz mal eine Pause einlegen, halt einen kurzen Cut, so dass die, ich hoffe mal, dass die Probleme behoben sind. Und ich will sagen, bis gleich.